Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Far Cry 5. Was haben wir hier? Lesen. Antebefehl. Der Kollaps hat begonnen. Marschieren. Okay. Silo. Neues Bauwerk der Sekte entdeckt. Äh, was? Wer ballert hier? Wer schießt denn da? Äh! Was soll das denn? Du Drecksarsch! Aber ich will meine Snipe wieder haben. Naja. Egal. Wir schauen uns erstmal um. Wo fahren wir denn diesmal hin? Hm. Äh. Nein. Da will ich nicht hin. So. Questions. Ja, das könnte man auch machen. Das könnte man machen. Hm. Neues Bauwerk entdeckt. Ja. Schön. Zivilispe gerettet. Äh. Äh. Unbewusst wahrscheinlich. Ähm. Na ja. Bevor ich hier weiter rum eile. Gehen wir erstmal hier hin. Pastor. Ja. Ach. Ich wollte einen Wegpunkt setzen. Mann. Äh. Wegpunkt setzen. Na. Zoomen. Aber ist ja sogar um die Ecke. Hoffentlich werden wir jetzt nur erschossen auf dem Weg dahin, weil wir so eine Karre von den klauen. Aber egal. Mit deren komischen Musik. Weg. Vielleicht haben wir Glück und mir rennt wieder einer vor die Karre. Ach komm. Fahren wir mal gesittet vor. Achso. Pastor. Was hast du denn diesmal für uns? Ich hoffe nicht wieder so ein Assi-Auftrag. Ey. Jawohl, Chef. Die Seiten wechseln. Story-Mission. Ja. Dann folgen wir der Mission mal. Folgen. Ja. Aber ich brauche eher... Ich will meine Waffe wieder haben. Bei allem, was mir liebt ist, kriege ich hier irgendwo Waffen her. Ach, ich bediene mich mal, ne? Für den Kampfgeist eines Kriegers. Tausend Dank. Eine echt große Katze. Wenn du Country hörst... Ja, meine Katze. Das ist alles nicht mehr so schlimm. Mann, das ist das Katze. Du musst es doch irgendwo... Hm. Komm ich gar nicht rein. Scheiße. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Der Alte ist einfach nicht der Söse. Hier kriege ich nicht irgendwo Waffen her. Auf gut Deutsch gesagt, fuck. Fuck, fuck, fuck. Na dann. Ab in die Karre. Und rauf zum Trailerpark. Diese Musik, ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Musik findet. Also, meinst du, die sie sich nicht. Junge Kanzel da oben mal die Goschel. Danke. Ja, Schaufreunde. Ich hab's ein bisschen heilig. Ich hab's ein bisschen heilig. Ich hab's ein bisschen heilig. Wof! Amen, Freud. Komm herjelles. Wof! Wof! Ah, fuck. Oh, da kommt der fucking Konvoi. Gute Nacht. Ja, ich auch. Nein. Scheiße. Wo ist dieses Hubschrauber-Arschloch? Ah, da kommt der, oder was? Ist doch nicht wahr. Ja, sowas von erfasst, du Arsch. Dich habe ich gerade gebraucht. Wo warst du? Wo sind sie? Da. Hä? Wo haben wir denn jetzt gestorben? Ich habe die Scheiße... Ich habe doch die... Hä? Du fucking Gepard, komm her. Ein bisschen X-Bam. Habio, leck mich doch auf den Arsch. Ich will die jetzt haben. Gute Nacht. Ich sehe es. Runter von der Straße. Lass die Peggys tanzen. Kann ich dich irgendwie... Ah, Puma, weg da. Zerstörtes Eigentum der Sekte. Ja, jetzt will ich aber auch noch die da haben. Die sind eh so weit weg. Ja, leck mich. Ich fall zum Trailerpark. Ich will nicht mehr mit euch spielen. Ihr seid mir so blöd. Ey, wofür habe ich diesen Luftarsch? Der hat ja jetzt mal null gebracht. Bam. Wir fahren querfeldein. Ah. Ihr kriegt mich nie. Niemals. Ja, wir sind ja auch fast da. Sehr schön. Und dann müssten wir auch fast bei diesem... bescheuerten Bruder sein. Ah, Kacke. Brems. Ah. Wie weit ist es noch? Äh. Oh, steil nicht runter, du Idiot. Der Trailerpark müsste auf der anderen Seite des Hügels sein. Von da oben müsstest du mehr sehen können, als ich, du Idiot. Was? Ja, mach du mal. Was hast du denn? Peaches. Rennen in die falsche Richtung. Fällt mir gerade mal so auf. Ich hole mir den Gegner von der Seite. Mach das. Ich bin mal sportlich. Vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwelches Wild, was wir erlegen können, um an Kohle zu kommen. Das wäre natürlich auch nice. Oh. Ja. Kann man ja mal plündern. 16 Dollar. Mehr nicht. Ah, 43 Dollar. Ist doch schon besser. W- Alter! Willst du mich verarschen? Wann stecken die jetzt hier im Bombenhagel oder was? Hä? Oh, toll, jetzt brennt hier wieder die Scheiße. Wo ist mein Kollege, wenn ich ihn brauche? Wollt ihr mich alle verarschen jetzt hier, oder was? Komm, Peaches. Also, ich glaube, ich hole mir demnächst mal so einen, äh, anderen Helfer, weil der aus der Luft, der ist ja irgendwie... Ja, schön für dich. Wo bist du überhaupt? So, da vorne müsste es sein. Ah, stimmt. Hier gab's doch Waffen, oder? Hier ist doch die Plantage. Irgendwo hier gab's Waffen. Oder? Ich... Ich... Meines Gruppel in Erinnerung zu haben. Ja, genau. So. Jetzt können wir endlich mal wieder aufstocken. Ja, bitte warte. Äh, Waffen. Hä? Hä? Genau, die hatte ich im Besitz. Zack. Hatte ich alles, ist alles noch da. Eine Lackierung? Hm. Weiß ich nicht. Nein, brauche ich jetzt nicht. Ähm, aber wir haben ja noch andere Waffen freigeschaltet. Äh, was macht die denn? Na, 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 na. Eine Schrot. Ja, ist mir jetzt nicht effektiv genug. Ach ja. Im Besitz. Ach komm. Anstatt eine normale Knarre, nehmen wir jetzt mal, äh, eine Uzi. Was? Ähm... Brotpunktvisier. Optisches Visier. Äh, nee. Aber wir nehmen mal hier so einen, äh, kleinen Schalldämpfer. Ach nee, auch so teuer. Mein Gott. Nee, dann verlassen wir das mal. Ähm... Und als andere Waffe... Maschinengewehre. Oha! Ohoho. Ohohohoho. Die sieht ja geil aus. Aber 7200 Dollar. Ja, komm. Nimm wir mal. So. Ja, komm. Verkaufen wir mal hier die Federn. Verkaufen. Wie viel hab ich denn davon? Drei? Einmal? Was ist das hier? Angel... Äh, komm. Mal ein bisschen verkaufen. Ah, das sieht doch schon wesentlich besser aus. So. Kannst du mir mal bitte diese scheiß Luft... Äh... Arschlöcher da vom Hals halten? Danke, ich werde sehr verbunden. So, das muss er hier sein. Was? Ja. Du bist eine scheiß Luftunterstützung. Weißt du das? So, alter. Ja. 300, 200. Heute in Let's Play laufen wir eine Runde. Let's jog. Was? Oh, Feature. Schön gemacht. Hi. 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 Äh. Fuck. Ah, da sind wir auch schon. Obacht, Deputy. Ich habe gerade gehört, dass der Trailerpark von Kultisten umstellt ist. Sie glauben, dass wir den Überläufer entführt haben und werden alles tun, um ihn zu befreien. Unsere Leute sind umzingelt. Du musst eingreifen. Schnell. Ich sehe kein... Hm. Hm? Ah. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Sauber. Sauber. Let the party started. Die Uzi ist geil. Nein. Wollt die Waffe nicht wechseln. Nein. Wo ist meine Uzi? Hallo? Meine Uzi. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ah, da. Hm. Der Puma ist echt gut. Wazum. Alter. So ein schwer gepanzertes Arschloch. Oh mein Gott. Hallöchen. Hallöchen. Na. Alles senkrecht. Ich will die Scheißknarre nicht. Ich will den plündern. Genau. So. Wo soll das sein? Hier ein Haus? Okay. Das war eine beachtliche Leistung in Fallshand. Ja, danke. Wenn er sagt, dass er ihm das Geld verlassen will, müssen wir ihm helfen. Ah. Da unten hängst du ab. Kann ich dich nicht befreien oder so? Was? 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 Alter, seid ihr so blöd zum Schießen oder wie? Los, Peaches. Ich helfe dir. Keine Sorge. Alles gut. Mann, hier geht es jetzt schon wieder direkt gut ab. Ja, scheiße, wa? Alter, ich liebe diesen Puma. Alter. Die Päggis wollen ihn zurückhaben. Mission fehlgeschlagen? Willst du mich verarschen? Wieso Mission fehlgeschlagen, ey? Das kann doch nicht sein. Ich wollte doch nur kurz... Ach, Mann. Ich wollte nur kurz Dynamit auswählen, um die Pistel in die Luft zu jagen. Am besten gleich in den Haus verschanzen. Ja. Nicht mehr lange. Diesmal bleibe ich bei ihm. Ich glaube, Plündern tue ich hinterher erst. Zwei Vorteilspunkte. Sehr nice. Aua. Du Scheiße. Hä? Hä? Die will da rein. Hier ist noch alles cool. Verschwindet hier sofort! Die Straße, die Straße! Sie sind da! Hm. Hm. Geh mir mal ein bisschen Muni. Das war's. Das war's. Oh ja! Ich war's. Ich war's. Ja. Ihr kriegt mich nicht. Wie viele konnten da noch? Boah, Alter. Gib meine Knarre wieder her. Ja, und er hier? Trage... was? Wie trage ich den denn? Ah! Da sind ja nur ein paar hundert Meter. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Ja, ab durch die Botanik. Junge, halt aus, es sind nur noch... Scheiße, ich hab null Muni. Peaches! Ich kann nix machen, ich hab null Munition, ist doch für'n Arsch! Und ich kann nur noch rennen. Ich kann nur noch laufen. Ich hab keine Munition, nix mehr. Mission fehlgeschlagen, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ich hab ihn nur kurz abgelegt. Das kann doch nicht sein. Mann! Ich hatte keine Munition, nix mehr. Nix mehr an Muni. Ich konnt doch nur noch laufen. Aber wisst ihr was? Das alles machen wir in der nächsten Folge. Ich trinke mir jetzt erst meinen Kaffee und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschau! Und ich hab in dir. Ich schwa Model. Ich schofe tra faire.